Ich liebe meine Mutter sehr, ich liebe meinen Vater sehr, auch meine Brüder und Schwestern liebe ich sehr. Ich bin sehr froh, gerade in diese Familie geraten zu sein. Sie sind sehr freundlich zu mir und es ist tatsächlich so, als wäre ich einer der Ihren. Sie glauben es sogar wirklich. Ich bin auf einem fliegenden Schiff hier angekommen. Ich habe was zu trinken gekauft. Wir feiern die triumphale Heimkehr Sanos, die Scheidung Maris, die verpatzte Heirat Lucis, den Rausschnitt von Hase, die Arbeitslosigkeit von Papa und das ist nur so krach. Er hat freundlich zu dir gesagt, reich mir das Salz und du hast verantwortet, ich lasse mich scheiden. Ja. Wir sind stark, wir sind intelligent, alles geht gut. Verdammt, der Scheißhau. Ja, ich habe Ihnen erzählt, wie du mit dem Leben deiner ganzen Familie spielst. Ich bin der Idiot, der du bist. Ich habe Nein gesagt und Nein heißt Nein. Maris Klingel. Ich mag die Vorstellung von Gott. Wirklich, ich habe ihn sogar sehr gerne, Gott. Aber ich muss schon sagen, ich habe einige Probleme mit seinem Bodenpersonal. 해요. Germany.